Jo, was geht? Hier sind die zwei Legends-Pulls von mir und Bashtowski aka Basti aka Revolveight99. Auf der linken Seite bin ich, auf der rechten Seite ist er und das ist eigentlich auch schon alles, was man dazu zu sagen hat, also gönnt euch. So. Okay. Soll ich runterzählen? Ja, mach. Okay, 3, 2, 1, go. Oh, ich hab den Giga verspätet. Oh, ist egal. Ich hasse es. Also, nicht ich hasse es, ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ich hab Shanks V1 gezogen. Das heißt, ich krieg 5000 Rain-Points, wenn wir die Marke geknackt haben. Ich hab Pauzwerg, Alter. Okay, warte, ich mach nur die beiden anderen Puls. Das wär gut. Ich beende dann, oder? Du kannst beenden, ist Wayne, ist Wayne. Ja, wie gut. Ich mach dann einfach einen Screenshot von deiner Legend da rein oder so, keine Ahnung. Er ist da dran selber. Ja, du kannst auch den Pull aufnehmen. Hä? Den Pull wiederholen, irgendwie sowas, scheißegal, der juckt nicht. Und ein Gold, komm. Einer, irgendeiner von den Judgesinnen? Na, V1, Marco. Egal. Äh, jo. Ciao, ne? Pfff, pfff, pfff. Mmh. Sperf, pfff. Mhm.